Hallihallo, ich zeige euch heute wie ihr euch ein eigenes Stativ baut. Ich kann es euch mal kurz zeigen, indem ich jetzt mal mein Handy nehme. So sieht mein Stativ aus. Er ist ziemlich einfach aufgebaut. Ich lege das Handy so rein, dass es nach hinten nicht runterrutscht. Deswegen ist er der Stift und damit es einen bestimmten Winkel hat, habe ich vorne was gegen geklebt. Ja, nun zeige ich euch wie man so etwas selber baut. Dazu lege ich erstmal mein Handy wieder hier rauf. Hier habe ich jetzt einfach mal von leeren von diesen kleinen Zetteln habe ich jetzt mal so ein Behältnis genommen. Und das Handy soll ja nicht da reinfallen, also drehe ich das jetzt einfach mal um. So wie man das jetzt sieht. Und man will ja, dass das Handy aufrecht steht. Also habe ich hier jetzt einfach eine ganz normale Patrone, diesmal von Stabilo genommen. Und klebe die so in was für einen Winkel ich das haben will. Ich benutze dazu jetzt einfach mal mein iPod, um zu sehen, wie ich das später haben möchte. So. So. Ja, die Höhe ist schon gut. Und das ist einfach jetzt die ganz normale Standhöhe. Also nehme ich das, lege ich die so in die Mitte circa. Und nehme dann das Tesafilm. Ganz normales, stinknormales Tesafilm, kein anderes Tesafilm. So das Tesafilm, was jeder benutzt. So. Dann klebe ich es hier mal fest. Am besten mit ein paar Streifen, damit es nicht nach vorne wegkippt. Das hatte ich schon mal. Also immer schön fest, am besten mit ein paar Streifen nehmen. Festkleben denn. Man will ja auch nicht, dass das Handy was passiert. So. Aber wie man sieht, wenn ich das jetzt hier hinlege, rutscht der immer nach hinten weg. So. Das machen wir jetzt, indem wir den ganz normalen Stift nehmen. Gucken. Ja. Ich möchte jetzt sagen, wenn man in so einen Winkel filmt. Ich habe jetzt hier nicht den mit Kamera. Also kann man das vielleicht zeigen. Aber wenn ich jetzt in so einen Winkel haben will. Jetzt etwas höher so. Dann will ich den Stift hier hin kleben. So. Dann nehme ich das. Nimm wieder ein bisschen Tesafilm. Und klebe den Stift an dieser Stelle fest. So. Das müsste eigentlich schon reichen, zwei Streifen. Wenn ich den jetzt hier rein stelle, muss man dann mal gucken. Ich habe das jetzt etwas ungünstig geklebt. Deswegen nehme ich das nochmal ab. Das muss nämlich nahtlose zwei Tesafilm. Ist sehr rutschig. So. Das habe ich auch falsch geklebt. So. Und wie man jetzt sieht, ist das hier ganz normal festgeklebt. Und tada. Das iPod oder Smartphone hält. Ich kann euch das nochmal von der anderen Seite zeigen. Das ist also dazu da, damit es einen bestimmten Winkel hat. Und das halt, damit es nicht runter rutscht. Und ja, ich mache das so, wenn ich jetzt zum Beispiel aufnehmen will, einen höheren Winkel. Dann nehme ich hier zum Beispiel sowas und lege es einfach mal dazwischen. Weil wie man sieht, ist dann der Winkel etwas höher. So kann man andere Sachen aufnehmen. Und wenn mir das generell zu niedrig ist, dann nehme ich jetzt zum Beispiel das Teil hier. Stelle es oben drauf. Dann kann man nämlich von weiter oben filmen. Wie man das jetzt sieht. Ich hebe jetzt mal kurz mein Stativ vor. Ja. Das war's mit dem Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Ciao. Ciao.